Das ist keine Kuchenform, das ist eine Goldsucherpfanne. Ja genau, ja, 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 ja. Steht das da auch? Kuchenform? Ne, aber er hat sich ja so benutzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, am Brunnen, dass ich damit weiterkomme. Ich gehe nochmal eben, ich tue nochmal eben, hat dir den Gefallen, dass ich das hier nochmal ausprobiere. Die Haie waren die schon die ganze Zeit da, die sind jetzt in jedem Bild Haie zu sehen. Ist doch jetzt neu, oder? So, Baurednernummer. Habe ich das? Beim ersten Mal war es witzig. Ja, habe ich schon probiert. Okay, Frage beantwortet. So, jetzt gehen wir mal zum Brunnen. Ich gehe mal hier durch. So, und dann kann ich doch hoffentlich das mit der... Müsste ja unendlich viel Geld, die werfen doch da bestimmt Geld rein, ne? Macht er das? Schade, schade. Okay. Ah, die sind doch jetzt neu, oder? Das habe ich doch vorher gesehen. Ähm... Tum, tum, tum. Was habe ich denn noch für... Ich habe einen Keksschneider, ich habe eine Kuchenform, ich habe leckere Butterkekse, ich habe ein hohes Schilfrohr. Okay. Und ein Brotmesser. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich da irgendwie in Sachen Reichtum weiter vorankomme. Aber was mich immer noch wundert, dass ich ähm... Mach keinen Sinn, das jetzt zu gucken. Ja, das ist ein bisschen sehr spät, ja. Das ist ungefähr fast vier Stunden zu spät. Also, warte mal, Matschfütze... Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas drin zu finden ist dann später, weil das hier auch das Abflussrohr ist. Mal gucken, vielleicht sagt da auch was zu. Es ist Teil des komplexen Abflusssystems von Blondbarth Hühnchenladen. Also, er sagt, er hat ja beim Kochen was verloren. Insofern macht das Sinn, dass es tatsächlich hier irgendwo drin gelandet sein kann. Ich weiß nicht, ob man einfach nur lang genug hier irgendwie... Wahrscheinlich muss man es irgendwie verbinden noch irgendwie, ne? Nichts. Hm. Oder man muss es irgendwie hier nochmal durch... Hier haben wir es zum Spül? Auch nicht, ne? Auch nicht, ne? Das kann man auch nicht irgendwie kombinieren, dass man da irgendwie jetzt die Suchschranse irgendwie erhöhen kann. Tim, Tim, Tim. Hallo! Bin nun bei... Hallo und tschüss. Ja. So... Haben wir noch irgendwas anderes, was man hier irgendwie durchforsten kann? Also, meinen Schatz habe ich immer noch nicht. Sofern bin ich ja bei den Rätseln noch gar nicht wirklich weitergekommen. Ähm, ich könnte jetzt nochmal zur Schlange hochgehen eigentlich. Obwohl, das geht gar nicht mehr, ne? Ich glaube, mit dir erstmal, wenn ich da in den Wald reingehe, dann... Obwohl? Muss ja nur zum Zipfel oben hingehen. Da, 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 da. So, wenn ich jetzt hier... Hier fahren möchte. Achso, dann komme ich hier direkt raus, okay. Okay. Wenn ich hier rausgehe, dann komme ich auch wieder raus, okay. Jo, jo, jo. Wasserfall. Da hat ja auch keinen Sinn, ne? Ich probiere es mal aus, ne? Hey, Panic! Äh, vielleicht hat er das beim Keksebacken verloren. Oh, das ist eine gute Idee. Diese Kuchenform würde hier nicht... So, so wie so eine Art Gluck, 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 Gluck... Es heißt Glucks Keks, falls ich, äh, falls hier auch irgendwie mal gefragt werde. Äh, dieser Keks ist voller Maden. Gut, dass ich hinterm Wasserfall war. Lecker. Halbgegessene, madige Biskuit. Äh, lecker. Kann ich den trotzdem weiter essen? Nein. Wie soll ich diesen Keks benutzen? Mh, madig. Okay, jetzt habe ich Maden. Das hilft mir jetzt auch nicht, war der. War eine gute Idee. Hätte ja sein können, dass das da wie so ein Glucks Keks da irgendwie... War gar nicht schlecht. Jetzt weißt du, was den Keks lebendig macht. Ja, das stimmt. So, was... Vielleicht sagt er dazu irgendwas? Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Nein. Nein. Ey, Quatsch. Ich würde mir einen lästigen Splitter einfangen. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Okay, vielleicht habe ich auch noch das gar nicht. Aber Kaugummi sagt er ja schon, da bräuchte er viel, viel mehr Kaugummi. Ich habe nicht genug Kaugummi, um ein so großes Loch... Oder muss ich das denn nicht... Gekauter Kaugummi nützt hier nichts. Halbgegessen. Ne, ne, ne. Also das Loch kriege ich mit nichts verschlossen hier meiner Meinung nach. Oder mit der ganzen Packung. Ich habe nicht genug Kaugummi, um ein so... Ja. Da muss ich noch etwas anderes finden. Ähm... Mehr kauen kann er auch nicht, ne? Macht er nicht. Okay. Ich brauche keinen neuen Streifen. Mein Alter hat noch immer Geschmack. Genau. Äh... Da sehe ich jetzt noch keinen richtigen Ansatz. Das müssen die Piraten sein, die Elaine gefangen halten. Es hat ein riesiges Loch im Boden. Es würde sinken. Ach, was muss ich denn da reinschmieren? Das wäre ja auch noch interessant. Okay. Also bei den Friseuren komme ich, glaube ich, nicht weiter. Weil... Ich habe jetzt keine neuen Sprüche. Eigentlich... Vielleicht sollte ich bei dem Hühnchentypen mal ein bisschen irgendwie... Ein bisschen... Darauf bestehen. Ist ja eigentlich mit den Kollegen hier. Habe ich irgendwas, was ich... Keksschneider... Bedrohen sollte ich ihn vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Bei dem bin ich ja auch noch gar nicht weitergekommen, ne? Also bei dem... Wie gesagt, ein anderer... Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ein anderer Krug oder irgendwas wäre dann natürlich sinnvoll. Wirst du mir mein Geld zurückgeben? Nein. Kann ich sonst noch etwas für sie tun? Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Ne. Darum muss ich irgendwie... Warum verschwende ich hier eigentlich mein Geld? Danke! Kommen Sie wieder! Das ist die Frage. Das kann ich auch nicht darunter stehen oder so, ne? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Keksschneider würde auch ebenso wenig bringen. Ne. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich nochmal einen Krug brauchen oder irgendwas. Äh... Will ich einen Handschuh färben? Warum auch immer? Ich glaube nicht, ne? Der Handschuh funktioniert damit nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich bei ihm jetzt irgendwie noch etwas bewirken könnte. Also der... Also das passt schon, dass das hier im Abfluss ist. Nur irgendwie finde ich es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das 20.000 mal ausprobieren muss, damit das dann klappt. Glaube ich aber auch nicht. Ist sehr euphorisch auf jeden Fall. Es ist das Reservierungsbuch des Restaurants. Es sieht zu schwer aus, um es herumzutragen. Hm. Nein. Bum, 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 bum. Da kann ich mir doch kein Reim drauf finden. Aber ich glaube, das hat mit dem Krähnest zu tun, dass ich irgendwie vielleicht mit einer Angel oder irgendwas hier reinhalten muss und dann hier so ein Terrorhühnchen da reinballern muss. Damit er Angst kriegt und sich dann verpieselt. So in die Richtung irgendwie, glaube ich. Die Türstecke ist auch cool, ne? So. Um Schatz zu finden, wäre das nämlich auch... So, bei den Piraten. Wie gesagt, ich habe jetzt doch kein... Mich hat keiner beleidigt. Das könnte sein, dass wenn ich bei den Piraten war, dass ich dann neue Sprüche bekomme. Ähm. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe ein Brotmesser. Warte mal. Ich könnte das als Säge einsetzen. Warum, weiß ich noch nicht. Aber... Häng da über dem Brunnen nicht Klamotten. Muss ich nochmal genauer hingucken gleich. Muss denn schon... Waren das nicht vorhin zwei? Ich glaube, das waren die ganze Zeit drei. Ja, mach ich mir auch. So. Kann ich den ansägen irgendwie? Damit der vielleicht auch ein bisschen flexibler wird, oder irgendwie sowas. Dieses Messer schneidet vielleicht normales Holz, aber keinen Gummibaum. Dieses Messer schneidet vielleicht normales Holz, aber keinen Gummibaum. Okay, dann wird er das auch nicht schneiden, ne? Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Dieses gezackte Messer funktioniert hier nicht. Wie kriege ich das denn? Aber er hat zumindest schon mal darauf reagiert. Das fand ich schon mal sehr interessant, dass man da irgendwie vielleicht noch eine Axt braucht, oder irgendwas. Keksschneider. Oder dass ich meine Stämme zumindest aushöhlen kann, oder irgendwie sowas in die Richtung. Das Holz ist zu hart, um mit dem Keksschneider geschnitten zu werden. Ach was? Da geht er drauf ein? Das Holz ist zu hart, um mit dem Keksschneider geschnitten zu werden. Das ist interessant. Das ist interessant. Vielleicht muss ich auch einfach meine Stämme hohl machen, irgendwie damit ich da eine Chance gegen ihn habe. Ist ja auch eine Idee vielleicht, ne? Ohne Schilfe? Eine gute Frage. Tim, Tim, Tim. Was stand da nochmal drin? Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Ne, okay. Ne, da habe ich jetzt noch keinen Reim drauf. Aber ich muss hier auf jeden Fall was manipulieren, weil sonst habe ich keine Chance gegen ihn. Das ist eben halt so ein richtiger Schottel. So, hängen da Kleidungsstücke. Ne. Oder? Beim Brunnen. Meinten wir den Brunnen oder den hier hinten? Also hier sehe ich auf jeden Fall keine Sachen. Wofür könnte man wohl die Nadel benutzen? Um auf die Uhrzeit... Ja, wir machen auch gleich Schluss, gell? Hier... Ja, hier oben ist aber, da kann ich nichts auswählen. Wofür könnte man die Nadel benutzen? Meinst du jetzt um... Ich finde auch die Kreidezahlen, das finde ich viel interessanter, dass ich da irgendwie manipulieren kann. Ähm... bum 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 bum... Nadel. Ich möchte das nicht feststecken. Ne, das glaube ich auch nicht. Ja, da werde ich irgendwie... Bin mal gespannt, was ich da noch finden werde. Irgendwie. Wir machen jetzt sowieso gleich Schluss. Mysteriöse Tür. Und dann kann man von hier oben gucken. Das ist auch interessant irgendwie, ne? Dass man von hier oben gucken kann. Aber auf was noch mal gucken? Weil kann man ja eigentlich nur auf den Wettbewerb gucken. Vielleicht machen die jetzt so einen Wettbewerb, weil ich jetzt einfach mal reingehe. Keine Ahnung. Dass ich da dann nochmal zugucken kann. Irgendwas kann ich ja anscheinend da beobachten. Juhu! Was? Hä? Guck mal, jedes Mal woanders raus? Das ist ja interessant. Hier drüben! Was? Was ist das denn? Okay, die führt also nicht nur nach da oben. Gucken, wo der überall rauskommt. Der mir das gucken muss nochmal an. Okay, Sturm. Wie ich da jetzt auch was machen könnte. Was macht er da? Aha. Jetzt kommt er wieder raus, oder was? Das ist ein Quatsch. Hilft mir das weiter? Vielleicht später nochmal irgendwie, ne? Also es könnte sein, dass irgendwie so diese... Ich habe genug von diesem Unsinn. Was? Ich habe genug von diesem Unsinn. Okay. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur so ein Easter Egg irgendwie. Das habe ich aber trotzdem jetzt geflasht. Ich dachte, jetzt hätte ich die Lösung gehabt. Okay. Aber ich glaube, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal so eine Grundlage, um das Ganze so ein bisschen im Kopf gehren zu lassen, sag ich mal. Ähm, damit ich vielleicht nochmal so ein paar Ansätze finde, ähm, um da weiter zu machen. Ähm, wie gesagt, ich muss die Baumstämme manipulieren. Ich muss wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, von den Piraten, ähm, die Sprüche anhören. Und die muss ich dann eben halt unten gegen den Friseur, äh, äh, Typen da benutzen. Das muss ich aber das Boot erstmal reparieren. Da habe ich noch nicht so richtig den Plan. Und, ähm, der dritte war ja, ich muss dem Schatz präsentieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass es der Goldzahn ist, der ja als Schatz dann eben halt, äh, gilt. Da muss er wahrscheinlich irgendwie nochmal auf was Hartes beißen oder so. Das sind jetzt so ein bisschen meine Ansätze irgendwie. Und, äh, ich glaube, an der Stelle machen wir dann eben halt, wie gesagt, morgen weiter. Ich speichere nochmal den Spielstand. So, äh, Stream, ne, ich den nochmal, Stream 2. So, und, ähm, dann machen wir für heute erstmal Schluss hier mit Monkey Island 3. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, können wir morgen im Prinzip wieder um 20.30 Uhr weitermachen. Ich gucke mal hier gerade ins Handy. Es dürfte aber eigentlich nichts, ja, wie jeden das anstehen. Da steht Urlaub drin. Das ist perfekt. Dann machen wir morgen um 20.30 Uhr weiter auf jeden Fall. Ähm, also der Anfang war schon mal Weltklasse mit dem Intro und so weiter, wo er in sein Tagebuch schreibt, irgendwie hätte ich schon nur was zu trinken. Wasser oder ein paar Bananen und so weiter, wie die Sachen da durchgeschwommen sind. Das war wirklich sehr, sehr geil. Louis die Blitzbirne. Ja, gibt auch den nächsten, äh, Emoticon, das, äh, genau darauf eingeht. Auf meinen, äh, Baustrahler-Cosplay, wie sie das alles so schön nennen hier. Ähm, er kriegt ja eh nichts mit. Und, hört Louis eigentlich auch zu, was in dem Spiel so erzählt wird? Das ist 0 Uhr und die Turm-Uhr bimmelt. Ja, die hat aber auch zwischendurch zu anderen Uhrzeiten gebimmelt. Also, das war jetzt nicht so weiter, nicht, nicht so. Kompass, Eisner, Gegenstand, Nadel. Oh, das ist interessant. Könnte natürlich auch nochmal irgendwie ein Ansatz sein. Weiß ich aber nicht genau. Genau. Wir werden das auf jeden Fall nochmal überprüfen. Wir machen morgen weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich viel geschafft haben irgendwie. Aber das ist, wie gesagt, das mit den Schuppen fand ich schon ein bisschen... Puh, da muss aber wirklich irgendwie ganz, ganz genau gucken. Und, ähm, auch die Tasche habe ich da irgendwie relativ oft übersehen. Da hätte man aber noch drauf kommen können. Das muss sich eigentlich stehen. Aber die Schuppen fand ich schon ziemlich schwierig. Weil ich bin ja überall mit der Maus übergegangen und das hat sich nichts gezeigt irgendwie. Und, ähm, man musste sie vorher eben halt angucken. Gut. So. Ähm. Ich lache zu sehr und kann deswegen nicht weiter zeichnen. Äh. Die Turmenuhr zeigt die richtige... Ja, das glaube ich... Das ist keine Frage, dass sie die Uhrzeit anzeigt. Aber sie hat auch zu anderen Uhrzeiten schon gebimmelt. Insofern. Äh, äh. Raft der Boy doch nicht. Was ist mit euch los, ey? Ach, das ist die... Ach, was? Das habe ich echt nicht gerafft. Da habe ich gar nicht drüber gestolpert. Das ist cool, dass sie die echte, echte Zeit von Windows da quasi anzeigt. Das ist cool. Das ist... Vorher... Ich hätte jetzt gar nicht drauf geachtet. Nicht schlecht. Sehr gut. Aber dann müssen wir immer mal einen Beschluss machen müssen. Ja, dann könnt ihr auch von mir mal einen Applaus. Also wirklich. Das wäre mir sonst erstmal nicht aufgefallen. Aber sehr gut. Sehr gut. Wir machen genau an der Stelle weiter. Vielen Dank für das Einschalten. Und, äh. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Also, ähm. Wie gesagt. Ich werde das immer so ein bisschen im Kopf gären lassen. Und dann, äh. Hoffe ich, dass ich morgen schon wieder irgendwelche neuen Lösungsansätze habe. Irgendwie, um zum Beispiel das Brot zu reparieren. Ähm. Oder, oder, ähm. Vielleicht sogar schon den Baumstammwettbewerb zu manipulieren. Irgendwie so in die Richtung. Da werden wir auf jeden Fall morgen weitermachen. Um 20.30 Uhr. Ich bedanke mich. Und bis morgen. Ciao.